Wir machen rund um die Sentis. Ist das gut? Rund um die Apicellenkühe? Ja, genau! Wir gehen jetzt miteinander in die Schweigalp rum. Und in der Schweigalp oben ist ja wunderbar der Sentis, das neue Hotel dort oben, gell? Das Alte ist auch schön gewesen. Aber wir können jetzt... Wir gehen jetzt mit der Slaugenisch. Ja, das ist das Haus, wir sind jetzt. Und wir können jetzt... Wir können jetzt... Wir können jetzt... Musik 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 Heirazapolka Nnerschwitz Ist das gut Sylvia Ja Das habe ich schon Ja.